Tom Aspinall ist endlich mal aufgewacht und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Leute, Tom Aspinall packt endlich mal seinen Trashtock aus und das ist ja eigentlich ein bisschen verwunderlich, denn normalerweise haben wir Tom Aspinall ja immer so super respektvoll, super höflich im Kopf, ja. Auch der Callout, nachdem er da jetzt gegen Curtis Blades gewonnen hat beim letzten UFC-Paperview, der Callout gegen Jon Jones, das war ja echt so ein bisschen larifari. Das ist so, als ob du früher als Kind bei deinem Kollegen zu Hause angerufen hast und die Mutter am Telefon hattest und gefragt hast, ob der kleine Jon draußen spielen kommen darf. So, hey Jon Jones, du bist toll und so, ich glaube, ich bin besser als du, ich würde gerne gegen dich kämpfen. Na komm, also wer soll davon denn so richtig gehypt sein auf den Fight? Aber jetzt packt Aspinall seinen Trashtock aus und jetzt hat Aspinall so ein bisschen genug von diesem ganzen Larifari-Thema. Aspinall sagt jetzt nämlich einmal über Stipe Miocic in einem Interview, passt auf Leute, Stipe ist das beste Heavyweight in der UFC aller Zeiten, rein von der Statistik her. Aber Stipe ist zu alt, den will keiner sehen. Stipe gehört Joe Biden, Stipe muss einfach rausgenommen werden aus dem Rennen. Ja, das ist wirklich original einer der besten Jokes, die ich von einem MMA-Fighter in letzter Zeit gehört habe. Stipe ist zu alt, er gehört Joe Biden, weil ich wusste gar nicht, dass Briten so einen Humor haben können überhaupt, ja. Aber es war Spaß bei Seite und ich verstehe es. Jetzt gibt es einen bestimmt, der heißt Tomasovic Jaktolovic und der schreibt, Alter, was labert Tom Aspinall da, der hat gar keine Ahnung. Stipe mein Brat forever. Tom Aspinall ist aktuell der Interim-Champion mit einer erfolgreichen Titelverteidigung. Wisst ihr, was seit Stipe seinem letzten Fight passiert ist? Seit Stipe seinem letzten Fight hat Francis Ngannou seinen UFC-Hailaway-Titel erfolgreich verteidigt, hat mit der UFC verhandelt, hat die UFC verlassen, hat gegen Tyson Fury geboxt, hat gegen Andy Joshua geboxt und bevor Stipe zurückkommt, wird Francis Ngannou sogar noch seinen nächsten MMA-Fight wieder machen. Wisst ihr jetzt, wie lange Stipe's letzter Fight eigentlich her ist? Selbst Ngannou, der hat doch damals den Titel von Stipe gewonnen. Ich glaube wirklich nur, eben die Leute aus dem Balkan wollen Stipe kämpfen sehen gegen John Jones. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Ja, das ist normal. Das gehört zum Sport dazu. Gar keine Frage. Voll okay. Aber für uns, die jetzt nichts mit Balkan zu tun haben und so, keiner von uns will Stipe kämpfen sehen, jetzt mal ehrlich. Du hast halt Aspinall. Über Pereira sagte Tom Aspinall jetzt in einem seiner YouTube-Videos, hey, pass auf, wir können das gerne machen, ich weiß nicht, was die UFC davon hält und so weiter und so fort. Aber, und das war das große Aber von ihm, er wird nicht mehr seinen Interim-Champion verteidigen. Er wird, wenn er gegen Pereira kämpft, gerne um den Anisputa-Titel, gerne dann, wenn er Champion ist. Er wird aber nicht mehr den Interim-Champion verteidigen. Er hat darauf keinen Bock mehr. Und er fordert John Jones. Er hat keinen Bock drauf, dass Stipe gegen Jones kämpft und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein guter Ansatz. Das wird nichts an der Meinung von Dana White ändern. Dana hält einfach an Jones gegen Stipe fest. Ich weiß nicht, warum. Das muss ja irgendein Vertrag sein. Also, das muss doch irgendwie mit einem Vertrag zu tun haben. Da wurde doch irgendwem irgendwie eine Summe X versprochen, oder? Man hat wirklich Dirt, man hat wirklich Schmutz auf Dana. Also, Jones hat irgendwas gegen Dana in der Hand. Anders ergibt das doch keinen Sinn. Leute, 2021, das Stipe ist seinen letzten Fight. Der Typ ist über 40, ist drei Jahre schon draußen aus dem Game. Und es ist halt einfach so, Aspinel ist zu gefährlich für Jones. Ich glaube zwar nicht, dass die UFC Alex Pereira von Margot mit Anker Live protected. Dafür ist Pereira viel zu aktiv und gewinnt viel zu viele Fights. Ich bin mir auf der Series sicher, was gerade passiert ist. Jon Jones wird protected. Und das hat auch einen einfachen Grund. In zehn Jahren juckt das gar nicht mehr. Leute, in zehn Jahren seht ihr nur die Bilanz. Seht ihr nur die Gegner. In zehn Jahren steht nicht in der Bilanz. Ah, der hat damals Tom Aspinel gedacht. Und die große Mehrheit wird diese Geschichte gar nicht mehr kennen. Die werden nur wissen, oh, Jon Jones, Alter, der war ja voll der Goat. Genau darum geht es ja. In zehn Jahren ist die Story, über die wir jetzt reden, komplett vergessen. Was bleibt, ist Jones sein Status als Goat. Genau darum geht es doch. Deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Aspinel versucht es. Aspinel reißt seinen Maul auf. Labert Trash. Labert geile Witze. Ich habe Bock drauf. Denn genau sowas habe ich mir von Aspinel gewünscht. Und zwar so ein bisschen mehr konfrontativer. Nicht der Diplomat. Aspinel ist sehr diplomatisch immer gewesen. Der nette Junge von nebenan, der dir niemanden anecken will. Aber ich glaube, wenn du jetzt in seiner Situation bist, ich glaube, jetzt willst du er anecken. Jetzt willst du Dana auf die Eier geben. Dana, der sagt, Aspinel hat sich gar nichts verdient. Dana, was ist denn das denn? Und deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und über einen Daumen nach oben auch, wenn euch das Video über dieses geile UFC-Thema gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal.